Servus liebe Zuschauer bei Regional Gaming Verband, ich bin der Lukas, heute sind wir wieder back mit Ravenfield und die Folge gibt es das M1 Garant, wie die letzte Folge angekündigt. Wir spielen wieder auf the map island und ja, lass dann schauen wir mal, wie die Waffe ist. Ich lichte schon, ich wundere, dass die Folge ein bisschen mehr Ravenfield kommt, wir mussten leider auf Andy verzichten, er hat Führerschnitt Vorbereitungen, hat dann also keine Zeit. So wie, nice, nice. Oh Gott, das kann ich gut tun. Manchmal kann ich gut shoppen. Also das ist unglaublich. Schade, dass mir ein Game nicht den Ping nicht hört. Also es gibt ja beim M1 Garant diesen bekannten Ping nach den 8 Schuss. Schade, dass man sich nicht hört im Game. Oder dass der hier nicht anwesend ist. Das ist heute auf einmal die M1911. Ja, die ist dann ziemlich schwach. Ja, die ist schon ziemlich schwach. Ja. Aber die ist schon leer. Wie gesagt, liebe Zuschauer, nächste Folge werde ich wahrscheinlich ein Ding nehmen. Äh, äh, die M1 A1 wird wahrscheinlich die nächste Folge werden. Schade. Ich weiß aber nicht auf welchem Map. Äh, ja. Das sieht man dann, wie ich mich wissen würde. Wie gesagt, haben wir hier fallen noch ein Ball net fixiert. ob wir auch stopfen können wenn sie nur verzeihen muss ja oder noch nicht doch ja ich auf die piste wechseln sollen schade ich sag dir diesmal wieder wie den resten volk auch ohne david ich sag mir selbst was wird ich sag mir immer wieder was Halbautomatisch. Der liegt schon. Okay. Perfect. Schauen wir mal, ob ich schnell übergehen kann. Oh, genau. Fast. Oh, schade. Oh, okay. Oh. Gesnaped. Oh, Dinkel. Ups. Ich bin nicht eingespült. Das ist auch meine allererste Runde heute. Ja. Ja, drüben mit. Okay. 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 Ich versuche ja beide Dinge, der M1 Garant eigentlich immer leer zu schießen, also keinen taktischen Reloads zu machen. Ja. 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 Jetzt sind wir. Na, vergesst es leer. Ja. Das ist wirklich nicht schlecht. Eine Sekunde für Zuschauer. Okay. Vielen Dank. Okay, die Zuschauer sind wieder da. Das war jetzt... Ja, aber ich muss kurz was besprechen. So, perfekt. Victory. Ich muss hier noch holen und hier noch holen. Ja, perfekt. Oh. Schade. Ich muss hier noch legen. Ich muss hier noch nicht werfen. Boah, nee. Ich glaube, die Zuschauer geht davon aus, dass es wahrscheinlich die nächste Runde auch auf Island sein wird. Oder wahrscheinlich mit der Sniper. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, was ich nicht schon dazu gebe. Vielleicht wird es die M1A1, also die Thompson. Oder es wird die 19.03 Springfield. Ich muss mal schauen, dass sowas sein wird. Der Sniper wäre natürlich gerade perfekt. Wie gesagt, wie da hinten wäre das gerade absolut perfekt. Ich denke, die 19.03. Perfekt. ... ... ... ... ... hier da geht es mir gar nicht zu unterdrücken das hätte ich wirklich funktioniert den greifen viel aber ja ja doch 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 damit für die folge ist das dann auch schon da vorbei dann beende ich die folge 65 zu 10 bis zur nächsten folge und ciao